Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 16. April. Starten wir wieder mit einem Rückblick auf den Vortag und auf die Markierungslinien vom Vortag. Am Vortag hat sich eigentlich wenig getan, wir sind mit einem kleinen Aufschlag von 0,17% bei 12.020 Punkten aus dem Handel gegangen und die Tagesspanne war auch nicht allzu groß. Wir sind hier einmal knapp unter 12.000 Punkte gerutscht, konnten uns dann aber wieder erholen und haben den Long- bzw. den Short-Bereich überhaupt nicht mehr erreicht im Tageshandel. Der Short-Bereich lag im Bereich von 12.040 bis 12.070 Punkte und der Long-Bereich im Bereich von 11.920 und 11.960 Punkte. Wir waren im Long-Trend am Vortag und sind auch für den heutigen Dienstag weiterhin im Long-Trend. Die Farbe des Kreises hat sich noch nicht geändert. Wir sind weiterhin hier im blauen Kreis und auch die Markierungslinien haben sich aufgrund der nur minimalen Veränderung am Montag auch für den heutigen Dienstag nicht geändert. Insofern bleibt es dabei, der Short-Bereich befindet sich auch für heute bei 12.040 bis 12.070 Punkte und der Long-Bereich dann dementsprechend zwischen 11.920 und 11.960 Punkten. Ich möchte dann gleich weitermachen mit dem Monatschart und dem fallenden Trendkanal hier. Sollten wir über diesen Trendkanal nach oben ausbrechen, dann würde sich ein Long-Signal ergeben und dann würde es natürlich auf deutliche Stärke hindeuten und wir würden dann höchstwahrscheinlich diesen oberen Fibonacci-Fächer hier anlaufen im Bereich von über 13.000 Punkten und sollten wir hier nach unten abdrehen, dann würde sich die nächste Signalmarke für Short-Positionen im Bereich von 11.800 Punkten befinden. Also unter 11.800 Punkten würde sich dann die Lage deutlich eintrüben und da möchte ich den alternativen Monatschart mit dem alten Fibonacci-Fächer eben noch anschauen, den wir in der Vergangenheit öfter verwendet hatten. Gut, hier dann den alternativen Monatschart mit dem Fibonacci-Fächer mit einem Ursprung zu Beginn der 90er Jahre. Dieser Fibonacci-Fächer hat in der Vergangenheit, in den vergangenen 20 Jahren, die Hoch- und Tiefpunkte in der Regel gut eingefangen, die Widerstände und Unterstützung gut eingefangen und wir sind hier nun im laufenden Monat April nach oben durchgebrochen über die Marke von 11.800 Punkten und dieser Chart zeigt eben auch die Bedeutung von 11.800 Punkten. Sollten wir unter 11.800 Punkte fallen, dann würden wir auch wieder aus diesem alten steigenden Trendkanal nach unten ausbrechen und wir würden auch unter den langfristigen Fibonacci-Fächer fallen. Insofern ist die Marke von 11.800 Punkten von enormer Bedeutung und würde dann eben ein Short-Signal liefern, sollten wir diesen Bereich hier nach unten durchbrechen. Gut, dann wären wir wieder durch für heute. Ich wünsche Ihnen am heutigen Dienstag viel Erfolg im Handel und melde mich dann am morgigen Mittwoch wieder mit dem ING Markets Morning Call.